Liebe Segler, herzlich willkommen zu einem Tutorial der DSV-Akademie für das Online-Portal Manage to Sale. In diesem möchten wir Sie mit dem Vereinsprofil vertraut machen und Ihnen zeigen, wie Sie den Datenverarbeitungsvertrag herunterladen und ausdrucken können. In einem Browserfenster rufen Sie manage2sale.de auf. Klicken Sie auf den gelben Button als Segler zur Veranstaltung melden, um zum Mitgliederzugang zu gelangen. Geben Sie hier bitte Ihre Manage to Sale Zugangsdaten, die Sie vom DSV zugesandt bekommen haben, oder eines von Ihnen angelegten Manage to Sale Users mit Club-Admin-Rechten ein und klicken Sie auf den Button Anmelden. Loggen Sie sich zum ersten Mal als Club-Admin ein, müssen Sie den Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 DSV-GO akzeptieren. Falls die Sprache falsch eingestellt ist, können Sie das durch Klicken auf Ihren Username und Auswählen der gewünschten Sprache korrigieren. Der DSV hat im Vereinsprofil schon einige Daten voreingetragen, die Sie ändern und vervollständigen können. Wir werden die wichtigsten Daten nun eingeben und das Video vorspulen. Im Bereich Basis geben Sie im Feld Name den ausgeschriebenen Namen Ihres Vereins ein, im Feld Kurzname das Vereinskürzel. Im Bereich Adresse geben Sie die Adresse des Vereins ein. Im Bereich Kontakt sollten Sie eine E-Mail-Adresse und den Link zu Ihrer Website eingeben. Über den Button Bild bearbeiten können Sie Ihr Vereinslogo oder Standard hochladen. Im Bereich Bezogen auf die Veranstaltungen kopieren Sie in das Feld Haftungsbeschränkung den Haftungsausschluss des DSV. Dieser wird den Meldenden zu Beginn einer Meldung angezeigt und muss von diesen akzeptiert werden. In das Feld Disclaimer kopieren Sie den gleichen Haftungsausschluss. Dieser kann personalisiert beim Check-in ausgedruckt oder als Pre-Check-in-Formular versendet werden. In das Feld Datenschutzinfo für Segler kopieren Sie den Anhang Datenschutzhinweise Ihrer Ausschreibung. Im Reiter Zahlungen klicken Sie die von Ihnen angebotenen Zahlungsmethoden an und füllen Sie das Feld Rechnungsadresse aus. Im Reiter Impressum geben Sie die notwendigen Informationen ein. Über den Button Show Club Agreement können Sie sich den Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Artikel 28 DSV.GO anzeigen lassen und auch ausdrucken. Abschließend melden Sie sich aus Manage to Sale ab. In diesem Tutorial haben wir Sie mit dem Vereinsprofil vertraut gemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.